So das, was Sie hinter mir sehen, das passt zum Ortel eigentlich wie die Faust aufs Auge. Ein Ford Mustang, schlappe 200 PS und ist richtig schön. Problem vielleicht, dass er ein bisschen Sprit braucht, das muss man bei so einem Auto berechnen. Aber jetzt schauen Sie sich die Geschichte mal an. Rote Ledersitze. Und glauben Sie, wenn Sie da bei einem Mädchen vorbeifahren und holen Sie mit dem Auto ab. Hey, Kaffee Waldweg ist sicher. Ja, man hat Platz, man kann schmusen, man kann schmusen, boom machen. Und das Auto, wo Sie das bekommen, ist eigentlich ganz einfach. Traumwagen.com in der Oldtimerfabrik in Neu-Ulm. Und da gibt es nicht nur den, da gibt es hunderte von richtig scharfen Schlitten. Aber wie gesagt, wenn Sie mal die 30, so wie ich, überschritten haben, kommt eigentlich nur ein Auto in Frage. Ich habe meine Frau kennengelernt durch dieses Auto. Die hat gesagt, wenn du mich nicht mit einem scheinen Auto abholst, kannst du da heim bleiben. Und da kann ich nicht mit so einem neumodischen Schrott da auffahren, mit überbreiten Reifen und goldenen Felgen. Nein, sondern da nimmt man ein Schätzle. Mein Ford Mustang. Mit Traumwagen ins Traumwochenende. Präsentiert von traumwagen.com in der Oldtimerfabrik Klassik in Neu-Ulm.